Guten Morgen da draußen. Ich stehe jetzt hier vor einem 100-jährigen Gartentor. Es hat bestimmt schon einiges mitgemacht. Ich sag mal hallo. Guten Morgen Gartentor, wie geht's denn heute? Wie hast du denn geschlafen? Nicht so gut. Du hast bestimmt schon einiges mitgemacht, oder? Erster Weltkrieg, Inflation 1933, Machtergreifung, Zweiter Weltkrieg. Das tut mir echt leid. Hast du das damals auch mitgekriegt, als 1860 von der Bundesliga abgestiegen ist? Das tut mir echt richtig leid. Und jetzt haben wir zu allem Überfluss auch noch die Pandemie und den Trump, oder? Wie denkst du darüber? Ach Mensch, wie bist du generell aufgestellt? Was sagst du zur Zukunft? Bist du eher optimistisch oder eher skeptisch? Ach du trotzdem, liebes Gartentor, danke dir für die Antworten und damit gebe ich wieder zurück in die Menschheit.